Ihr neuer SUE garantiert Ihnen mit dem automatischen Wechsel von Fern- auf Abblendlicht bessere Sichtverhältnisse bei Nacht. Mit Hilfe einer Kamera hinter dem Innenspiegel schaltet das System das Fernlicht automatisch ein und aus. Wenn Ihre Geschwindigkeit über ca. 40 kmh liegt, die äußeren Lichtverhältnisse schwach sind und keine Beleuchtungsquelle festgestellt werden kann, schaltet das System automatisch das Fernlicht ein. Das Fernlicht schaltet automatisch auf Abblendlicht um, wenn ein Fahrzeug vor Ihnen fährt oder auf Sie zugefahren kommt. Gleiches geschieht, wenn Sie in einen Bereich mit öffentlicher Beleuchtung einfahren oder Ihre Geschwindigkeit weniger als 30 kmh beträgt. Um die Funktion zu aktivieren, reicht es aus, wenn Sie diesen Ring drehen, bis er auf Auto steht. Diese Kontrollleuchte erscheint an der Instrumententafel und bestätigt Ihnen, dass die automatische Scheinwerferumstellung aktiviert wurde. Um die Funktion zu deaktivieren, reicht es aus, eine andere Position als Auto auszuwählen. Beachten Sie, dass wenn Sie den Griff drücken, die automatische Scheinwerferumschaltung deaktiviert wird, die Kontrollleuchte erlischt und das Fernlicht in den manuellen Modus wechselt. Für die ordnungsgemäße Funktionsweise des Systems darf die Kamera über der Frontscheibe nicht beschmutzt bzw. bedeckt sein, zum Beispiel durch Dreck oder Schnee.